Der Herr sagt, seid komplett abgesondert und folgt meiner Führung, vertraut und gehorcht. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 2. Dezember 2009 von Yahushua Hamashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für Chase und für all jene, die Ohren haben und hören. Frage von Chase, Herr, soll ich Weihnachtsgeschenke annehmen von Familienmitgliedern? Das sagt der Herr, Yahushua. Was ich schon gesprochen habe, ist wahr und bleibt mein Wille für jene, die mit mir wandeln. Und dies dient auch als Beispiel für all jene, die in Ignoranz bleiben gegenüber meinen Wegen, sagt der Herr. Betreffend diesem Feiertag der Menschen, der meinen Namen beschmutzt und die Wahrheit entteiligt von dem, wer ich bin, habe ich gesagt, nehmt nicht daran teil und seid komplett abgesondert. Erlernt die Wege der Welt und der Heiden nicht und nehmt auch nicht teil daran. Deshalb liegt hier eine Chance vor dir, Chase, ein Testen deiner Entschlossenheit, eine Chance, würdig erachtet zu werden, um Recht schaffen, vor dem Herrn zu stehen. Es ist eine Gelegenheit, durch dein Beispiel zu offenbaren, dass ich tatsächlich der Erste bin, dass du glaubst, dass ich der einzige Weg bin, dem zu folgen ist, die einzige Wahrheit, die hochzuhalten ist, das einzige Leben, das empfangen werden muss und in dem man wandeln soll. Indem du mich durch Taten in Geist und in Wahrheit anbetest, zur Reinigung deines Glaubens, die Heiligung dieses neuen Lebens, welches ich dir gegeben habe, ja, durch das Abstossen deines alten Menschen und dieser Welt und durch das Anziehen von Christus, was genau das ist, was dich von dieser Welt trennt. Denn durch mein Leben wurdest du errettet, denn auch ich hatte es niedergelegt, um dich zu reinigen. Schau, ich nahm es wieder auf, um dich in meiner Herrlichkeit zu errichten. Aus Liebe habe ich dich wiederhergestellt und dich zu meiner Rechten gesetzt, und bald werde ich dich auch hochheben und in meinem Schoss festhalten. Deshalb sage ich noch einmal zu dir, ich bin der Herr und ich muss Erster sein. Oder wie soll ich dich senden? Mein Sohn, was bedeuten all diese Dinge in der Welt? Welches Verständnis brauchst du? Ist die Sache nicht schon bekannt? Ist es nicht offensichtlich vor deinen Augen? Und doch fragst du nach weiterem Verständnis. Mein Sohn, vertraue und gehorche, folge meiner Führung und beachte meine Rede, denn ich führe dich an einen Ort, den andere nicht kennen, einen Ort tief in mir, ein heiliger Ort, nach welchem sich die Könige und Engel sehnen, ihn kennen zu dürfen, ein Ort abseits von dieser Welt und von der Sünde, ein Ort abgesondert für meine Herrlichkeit, die in Kürze komplett offenbart wird, ein Ort in mir und von mir und für immer zu meiner Rechten gesetzt, zum Ruhm des Vaters. Sogar wie ich zu Rechten des Vaters gesetzt bin und er bleibt in mir und ich in ihm. So wird es sein, am Ende der Tage, die über euch sind, ein Tag voll scharfer Worte und prachtvoller Zeichen, ein dunkler Tag für die Welt und ein Tag voll verzehrender Herrlichkeit für jene, die in den Himmel genommen werden, ein Tag voll dicker Wolken und Schwierigkeiten, ein Tag voll bitterer Tränen und schwerer Sorgen, viele Tränen. Seht, ein grosser Aufschrei wird vernommen werden unter dem Überbleibsel. Der grosse und schreckliche Tag des Herrn, ein Tag, der bei meiner Wiederkunft beginnt und bei meinem Kommen endet. Schaut, die Majestät kommt, hell und verzehrend, ein allumfassendes Feuer. Der helle Morgenstern wird aufsteigen und kommen, das Licht, welches die Erde in meine Herrlichkeit eintauchen wird. Und das Heiligtum wird gereinigt werden. Dadurch werden alle Dinge in Ordnung gebracht und alles wird reingefegt sein. Alles wird wiederhergestellt werden, wie es am Anfang war. Ja, sogar in einer noch grösseren Herrlichkeit. Denn der König wird wieder unter den Menschen wandeln und auf der Erde regieren, wie im Himmel. Tage ohne Ende. Amen und Amen. 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 Vielen Dank.